Good morning in the morning, ich bin die verrückte Ente und willkommen zurück zu einem neuen Let's Play mit Township. Und ich glaube wir haben ein neues Event, ich war jetzt glaube ich zwei Tage nicht online, ja, habe natürlich hier so gut wie gar nicht mitgemacht, was gar nicht gut ist, ich werde gleich auf jeden Fall nie machen, oh, Flugzeug, kann ich doch schnell machen, oder? Jawoll, haben wir die Aufgabe direkt fertig, die um Hilfe bitten, hoffentlich hilft da einer, mal gucken, Dankeschön, Tony Town, so, eigentlich wollte ich die Kiste öffnen, so, ganz kurz nochmal reingucken, Tannenbäume abholen, so, und Lager voll, das ist natürlich nicht so toll, Oh, ich glaube ich habe neue Aufgaben dazu bekommen, wartet mal, ach Quatsch, ich gucke hier, ja, immer, ah, nee, zünde Power-Ups, nein, also ist doch noch das Event dran, ich dachte es ist ein anderes Event dran, schade, Schokolade, gut, kann man nichts machen, Aber ich habe gedacht, da kam eben so eine, nee, ist immer noch dasselbe, schade, nee, das spiele ich ja nicht, auch hier, ähm, ja, die Sachen reparieren und so, ich habe ja 294 Punkte, bringt ja nichts, bringt ja nichts, man behält das Zimmer ja nur, ja, wenn man auch fertig wirkt, Und fertig werde ich definitiv nicht, und den Mann habe ich natürlich auch zwei Tage, ich habe ihn gekauft, benutze ihn zwei Tage nicht, oh mein Gott, Dankeschön Hechtown, Dankeschön Willensburg, Dankeschön Lisa und Dankeschön Vanessas Stadt und die Elke, Dankeschön, So, Flugzeug weg, ups, Flugzeug weg, und damit, oh, Hammer, sehr gut, sehr gut, so, Hammer ist fertig, Züge müssen auch weg, äh, was ist das, ah, okay, das ist also auch wieder dran, ja gut, da gibt es nicht so tolle Belohnungen, ja gut, Teacash, aber Teacash, hm, ich möchte lieber so Dekos und, ja, ich sammle auch diese, ähm, Sachen hier, auch wenn ich immer nur meine Ente behalte, also ich behalte immer nur die Ente, Tschui, ähm, ja, weil die Ente ist halt, cool, ja, das andere ist nämlich auch nicht, ähm, so, okay, mal das, dann werden wir heute einfach so eine Routine machen, so eine ganz, ganz normale Routine, so, muss ich mal gucken, wie viel Hämmer fehlen, ach nein, es fehlen immer so viel Hämmer, also das ist wirklich, ich hab echt Probleme immer mit den Hammern, so, Hilfe, äh, laden, laden, und hier die Joghurts, um Hilfe bitten, vier Stück, wobei, ja, drei Stück hab ich sogar, ach, brauch ich also gar nicht, Toll, ja, danke, äh, Willensburg, ich hab einfach zu früh wieder auf Hilfe gedrückt, obwohl es gar nicht braucht, so, wir müssen jetzt mal in der Scheune ein bisschen Platz machen, Farbeimer, okay, Farbeimer brauchen wir, ganz ehrlich, ich weiß, manche werden das wieder, oh nein, die schönen Glasscheiben, aber, oder, man, ich hab ja auch keinen Platz, Leute, ich hab doch keinen Platz, versteht ihr, ich habe keinen Platz, so, noch ein paar Rote machen wir, aber dadurch ist auch nicht mehr Platz, ein paar davon machen wir, dadurch ist ein bisschen, ein bisschen, äh, hä, hä, ach so, die waren schon in Warteschlange, aber es war kein, ja, es war kein Platz, und jetzt habe ich eben die Sachen geholt, und dadurch, ja, ja, so, dann machen wir nochmal, wie, dann ist auch wieder ein bisschen Platz, Da muss ich aber auch welche einsammeln. Das ist auch doof. Ich habe wieder Schnupfen. So, machen wir ein paar Hemden. Aber ich muss auch da oben die einsammeln. Das heißt, es ist auch wieder kein Platz. Machen wir ein paar davon. Ich muss da jetzt echt gucken, was mache ich. Ja, dass ich wenigstens ein bisschen Platz bekomme. Ja, na gut. Kommen wir mal nach oben vier weg. So, einmal. So. Keine Oliven. Also Oliven können wir auf jeden Fall gleich holen. Das kann man definitiv. Na. Ach, ich weiß ja nicht. So. Wir müssen ja auch auf jeden Fall wieder füttern. Das ist auch wichtig. So. Ich muss diese Fütteraufgabe schaffen. Was ich definitiv nicht schaffen werde. Ich habe ja noch nicht mal Kuhfutter. Oh Mann. So. Ein bisschen Kuhfutter machen. Dann Schweine. Speck gesammeln. Ein Schwein. Guck mal. Ich habe gar nichts gemacht. Ich habe gar nichts gemacht. Dankeschön, Williamsburg. Dankeschön, Likes. Dankeschön, Ramram. Dankeschön, Eva. Parallel City. Dankeschön, Jamos. Ernie. Sunshine. Klaratown. Inas Stadt. Leos Dörfchen. Montelino. Und Lorena's Farm. Oh Gott. Ich werde wieder krank. Nein, nicht krank. Also hier. Ich finde, wenn man Allergie hat, das ist auch wie krank sein. Wow. Wow. Was ist denn mit Williamsburg los? Okay. Das, äh, da müssen wir, glaube ich, auch mal vorbeischauen. Das sah ja richtig gut aus. Das Dörflein. So, ich muss jetzt mal hier einkaufen. Am besten teure Sachen. Dann kriegen wir wenigstens das noch hin. Also dadurch, dass es keine Tagesaufgaben gibt, sondern nur diese, diese blöden Pass-Sachen. Ähm. Ja. Hätte ich das gewusst, hätte ich mir den Pass nicht geholt. Bin ich ganz ehrlich. Also, man muss jetzt hier zünde, ähm, 50 Power-Ups. Ja, aber wenn man das Event nicht spielt, hat man halt einfach Pech gehabt. 40 Punkte gibt das. Aber ich mache jetzt auch hier für den Club. Und ich habe auch noch die Aufgabe. Deswegen kann man das machen. Ich muss auch neue, ähm, Sachen hier besorgen eigentlich. Also neue Materialien. Ja. Zack, zack. Oh, nee. Wie machen wir das? Zack, 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 zack. Okay. Da habe ich, äh, da jetzt eigentlich mit mehr gerechnet. Ach, da lasse ich die Kiste jetzt Kiste sein. Keine Lust, wieder drei Teeple auszugeben. Dann lassen wir es einfach mal. Ups. 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 Alles auf schnell hier. Zack, 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 zack. Also wir haben für den Club, ähm, müssen wir hier auch 100 zusammenkriegen, 104. Oh, das ist ja, aber ich will jetzt auch keine Minen-Folge machen. Dann würde ich ja hier nur eine Miene machen. Das ist ja eigentlich auch doof. Das, äh, wollen wir eigentlich auch nicht. Ich lasse jetzt auch da den einen Erz. Den lasse ich jetzt da. So. Oh, schön. So, komm, das reicht erstmal. Wir müssen, ja, also, äh, ich tue mich echt schwer im Moment. Ich tue mich echt, echt schwer. Ähm, wir haben Hühnerfutter. Ja, jetzt ist die Scheune wieder voll. Ah, ich verkaufe jetzt die Scheiben. Ich verkaufe die Scheiben jetzt. Tut mir leid. Tut mir leid. An alle Scheiben, Liebhaber. Aber was soll ich machen? So. Da haben wir auch wieder ein bisschen Platz gewonnen. An alle Scheiben, Liebhaber. Es tut mir leid. So. Jetzt haben wir auf jeden Fall minimal Platz wieder. Jetzt können wir die Eier einsammeln. Wienerfutter. Mit den Eiern und dem Speck können wir Eier mit Speck machen. Oder nee, das nicht. Müssen wir erstmal Weizen anbauen. Weil davon habe ich, glaube ich, weniger. So. Bisschen Weizen. Dankeschön, Lo- Leas Farben. Lo- Leas Farben. So. Ähm. Dann Wolle. Die haben schon, ich habe die schon geholt, die Wolle. Aber nicht gefüttert. Tausend Mal füttern. Wie soll ich das schaffen? Oh mein Gott. Ernsthaft? Das ist, äh, das schaffe ich halt nicht. Ich weiß es schon. Das ist unmöglich. Für mich. So. Können wir einmal Pilze schaffen? Ah. Oh Gott, Alter. Das ist, ähm, alles nicht so einfach. Ich sag's euch. Ich sag's euch. So. Gucken wir mal kurz nach den Dekos. Ich glaube, hier habe ich alle Dekos, ne? Wir haben 400. Was ist denn das hier? Coupons für Verbesserung. Ja, nee. Ich hab schon, ich hab ja schon alles verbessert. Ja, nee. Brauche ich eigentlich auch nicht den Coupons. Coupons brauche ich eigentlich nicht. Kann ich hier noch irgendwas tun? Nö. Ja, ich könnte die Erze holen. Die mache ich auch wahrscheinlich gleich. Jetzt nochmal hier. Kann ich auch nicht helfen. Habe ich. Oh. Da war ein Zeppelin. Habt ihr gesehen? Da war ein Zeppelin. Eigentlich ziemlich cool. Ja, die brauche ich auch nicht einsammeln. Also ich tue mich echt schwer im Moment. Ja, dann macht das noch einen. Ah, vielleicht kann ich ein Land erweitern. Jawoll. Das ist natürlich auch wieder Platz. Ja, sehr gut. Das, äh, ja, muss ich auch regelmäßiger gucken, weil das ist ja auch immer Platz. Wie tief ich mittlerweile bin. Wie tief ich mittlerweile bin. 13.000. Wow. Ja, bitte. Hier gibt es doch mal ein paar Erze. Wo sind wir jetzt bei 61, 63, ja. Ja, komm ey, das kann man doch noch fertig machen. Das kriegen wir dann noch fertig, oder? 64 von 100. Ja, ich weiß noch nicht. Ja, ich weiß noch nicht. Ja, ich weiß noch nicht. Ich habe halt irgendwie noch gar nichts gemacht. für dieses Rennen, ich muss auch gleich mal gucken, wo wir sind. Wahrscheinlich werden wir diesmal auch keinen Platz schaffen. Ich glaube, die Elke ist nicht dabei und ich weiß gar nicht. Ja, die Eva, die haut halt immer ziemlich rein. Tut mir dann auch ein bisschen leid. Das muss sie eigentlich nicht machen. Weil es ist auch nicht so schlimm, wenn wir mal nicht gewinnen. Ich weiß nicht, ob sie das dann macht, ähm, damit wir gewinnen, oder weil sie Spaß dran hat. Also, wenn sie Spaß dran hat, dann okay. Aber damit wir gewinnen, dann muss sie nämlich extra machen. Weil ich sag mal, ja, ist auch nicht so schlimm, wenn wir nicht erster, zweiter, dritter werden. So. Zack, zack, wieder. So, wir sind jetzt bei... Ups. Dapp, dapp, dapp. Ähm. 73? Boah, 70 aber, ne? Wow. Schnell da oben. Lol. 85. Na. Warum geht das ja nicht die ganze Zeit so? Das wär doch was, oder? 85. Wenn das nur so gehen würde. Das wär schön. So. Oh. Ja, komm. Piste öffnen. Hammer! Sehr schön. Dann haben wir. Wenn ich Hämmer kriege, immer beste. Die fehlen halt einfach so extrem. Ich brauch eigentlich viel, viel mehr. Komm, ey, 90. Kriegen wir ja jetzt wohin. Ich glaub, da hilft noch einer, oder? Oder hab ich die... Ich glaube, da hilft er ja noch mit. Warte. Ich sammle jetzt die noch ein. Und mal gucken, ob ich da was tut. Das müssten dann 95 sein. Nö, ich... Doch alleine. Hä? Okay. Okay. Ich hab grad gedacht, da unterstützt einer. Falsch gedacht. So, das sind 96. Boah, jetzt kommt nix mehr. 97. 98. 99. 99. 100. Ach, 104. Ah, nein. Okay, 101, 101, man, das darf doch nicht wahr sein, 101, 102, oh ne, ey, das ist ja wohl ne linke Sache hier, sowas mag ich ja gar nicht, 102 war nur, ne, und 104, oder, 103, 104, jawoll, Mann, endlich, so, dann gucken wir, wo wir sind, ah, wir sind relativ weit hinten, ist aber wirklich nicht schlimm, ne, also ist wirklich nicht schlimm, ähm, wir müssen diesmal nicht erster werden, wir sind auf dem sechsten Platz, es machen auch, glaube ich, weniger Leute mit, weil ich bin einfach so weit unten, tut mir leid, ah, die Eva ist diesmal auch nicht dabei, ja, das ist klar, Eva und, ähm, Elke sind halt einfach diejenigen, denen wir das zu verdanken haben, wenn wir gewinnen, ist halt einfach so, ne, also wenn wir gewinnen, dann wegen den beiden, ähm, ich muss den jetzt schicken, der muss irgendwas holen, ja, damit er was holt, ich hol jetzt ein paar Spitzhacken einfach, auch wenn er viel zu wenig holt, ähm, ich bin eigentlich ein bisschen verwöhnt von, äh, sagt mal schnell, ja, wenn er so viel holt, also dieses, ähm, großzügiger Markt oder so, nennt sich das, das ist mega, ne, also, da kann man dann richtig viel Minensachen holen, das werde ich auch wieder machen, wenn das, äh, ja, sobald es das gibt, so, und jetzt werden wir nochmal hier ganz schnell einkaufen, da, 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 am besten teure Sachen, nur die teuren Sachen bitte, jawoll, ja, so kann man es auch machen, ne, ja, großzügiger, hier dieser Zug, das ist auf jeden Fall gut, den können wir gut gebrauchen, und die Skins müssen wir auch noch freischalten, und damit bin ich raus für heute, wir sehen uns, hinterlasst dem Video gerne ein Däumchen nach oben, bis dann, Tschüss!